So, Baustelle läuft. 42 Grad. Der Maurer hat erstmal Hunger, aber es gibt schon lecker Bierchen. Auf dem Samstag gibt es auch mal ein Bierchen. Der Ramon räumt noch ein bisschen auf. Und wir gucken mal rein, was hier passiert ist die Woche. Am letzten Donnerstag haben wir die Bodenplatte gemacht. Heute ist Samstag, eine Woche später. Silberto trinkt Coca-Cola. Mit Bier natürlich. Ja, hier Büro. Hier wissen wir noch nicht genau. Wohnzimmer oder, also Wohnzimmerecke. Das wird alles so eins hier mit Essbereich und Küche. Mit dem Kommandostand. Hier kommt ein großes Fenster rein. Damit die Frau auch immer sehen kann, was der Mann machen kann. Was der Mann macht. Ja, was der machen kann sowieso. Schicki macht noch sauber. Fein. Schicki, grüß mal. Das ist der Gästebereich. Hat einen separaten Eingang. Und eine Toilette oder eine Dusche. Hier kommt eine kleine Toilette hin. Und der Hauswirtschaftsraum, Anschlussraum. So, und dann kommt hier das Schlafgemach mit anhängendem Badezimmer. So, jetzt sind wir bis jetzt. Ich bin jetzt wieder halbwegs zufrieden. Ach, siehste, der Pool ist auch schon angefangen. Und nächste Woche gibt es mehr. Ein schönes Wochenende.